I am the Jochen and this is the Frühsport für Sonntag, den 30. Mai 2021. Schönen guten Morgen! Bei der Eishockey-WM gab es den nächsten Dämpfer fürs deutsche Team gegen Finnland. Den Titelverteidiger haben die Jungs sehr gut mitgehalten. Bis kurz vor Schluss stand es da noch 1 zu 1. Aber die Finnen konnten am Schluss dann doch knapp mit 2 zu 1 gewinnen. Wir schauen mal auf die Tabellen. Nicht mehr lange. Es wird noch gespielt. Und je nachdem 1 oder 2 Spiele pro Mannschaft. Und so sieht es aus. Zur Erinnerung nochmal. 4 kommen in die K.O.-Runde von jeder Gruppe. Wir haben in der Gruppe A vorne nicht Russland. Und die Slowakei, die sie jetzt ein bisschen abgesetzt haben. Dahinter die Schweiz. Dänemark schon nur noch 1 Spiel zu spielen. Das ist also ein Handicap. Und die Tschechen also auch mit guten Karten. Schweden noch in der Verfolgerrolle. Großbritannien ist schon raus. Rechnerisch kann nicht mehr unter die ersten 4 kommen. Und Belarus auch mit rechnerischen Chancen. Nur noch, ich denke mal, nicht Russland und die Slowakei. Und die Schweiz und Tschechien. Das sind jetzt hier die ganz klaren Favoriten. Heute gibt es 2 Spiele. Viertel A3. Belarus gegen die Schweiz. Und um 19.15 Uhr haben wir Schweden gegen die Slowakei. Aber beides nicht auf Sport 1 zu sehen. Und diese Gruppe läuft ja auf Sport 1+. Und dann gucken wir mal auf die Gruppe, die in Sport 1 läuft. Nämlich die vom deutschen Team. Da sehen wir an der Spitze die Finnen. Das ist jetzt also unglaublich weit auseinander gezogen. Hinten Italien ist raus. Norwegen auch raus. Rechnerisch. Da geht nichts mehr. Die können wir schon ausblenden. So, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Finnland ist bereits weiter. Das steht jetzt schon fest. Ich habe es extra mal durchgespielt. Egal wie die da spielen. Da könnten dann 4 Teams punktgleich sein hinterher. Und da wird dann Finnland trotzdem im direkten Vergleich die Nase vorne haben. Also die sind auf jeden Fall schon mal weiter. USA mit guten Chancen. Kasachstan zwar Dritte. Aber hat halt nur noch ein Spiel. Deutschland, Lettland könnten vorbei. Und selbst Kanada möchte ich noch nicht ganz abschreiben. Heute gibt es um Viertel nach drei Italien gegen Kanada. Eigentlich Pflichtsieg bei dem Tabellenstand hier für die Kanadier. Dann wären die punktgleich mit Deutschland. Und am Abend 19.15 Uhr gibt es dann Finnland gegen Lettland. Die könnten dann auch vorbeigehen. Deutschland heute nicht am Start. Aber trotzdem zwei durchaus richtungsweisende Spiele in dieser Gruppe. Das deutsche Team dann noch mit zwei Partien morgen und übermorgen. Wir bleiben dran. Also Sport 1 heute Viertel nach drei und Viertel nach sieben. Wenn ihr Eishockey gucken möchtet, eure Anlaufstelle. Champions League Sieger des Jahres 2021 ist der FC Chelsea. 1-0 im englischen Finale gewonnen gegen Manchester City. Torschütze, der goldene Torschütze Kai Havertz. Herzlichen Glückwunsch an die Truppe von Thomas Tuchel mit Rüdiger, Werner und Havertz. Ja auch drei deutsche Spieler, die jetzt hier den Titel mitgewinnen konnten. Und Tuchel ist der dritte deutsche Trainer in Folge, der die Champions League gewinnen kann. Nach Klopp und Flick jetzt also Tuchel. Und der besondere Clou ist ja noch, wenn man sich PSG anguckt. Die letzten beiden Trainer, die bei PSG nicht mehr bleiben durften, weil sie international keine Erfolge feiern konnten, war Unai Emery bis 2018 und war Thomas Tuchel bis Ende 2020. Das waren die letzten beiden, die dann nicht bleiben durften in Paris. Und die beiden haben jetzt in dieser Woche die großen europäischen Pokale abgeräumt. Und Emery am Mittwochabend mit der Europa League und Tuchel jetzt eben mit der Champions League. Interessant. Lassen wir mal so stehen. Es gab Finaltag der Amateure gestern und da haben sich Teams für den DFB-Pokal qualifiziert. Auf die Ergebnisse verzichte ich. Ich nenne einfach kurz die Sieger, falls es jemand nicht gesehen hat. Im DFB-Pokal werden folgende Amateur-Teams mitspielen. BFC Dynamo Berlin, Viktoria Köln, Wuppertaler SV, dann Waldhof Mannheim, SV Wien Wiesbaden, Sportfreunde Lotte und Preußen Münster, das wussten wir aber schon. Rot-Weiß Koblenz, der SV Elbersberg, Lok Leipzig, SSV Ulm und Babelsberg 03 sowie der SV Meppen. Und vielleicht auch der 1. FC Magdeburg, der zwar gegen Halle gewonnen hat, aber da ist eben noch nicht ganz endgültig rechtlich geklärt, ob dieses Qualifikationsspiel wirklich so hätte stattfinden dürfen. Ich hatte gestern schon davon was erwähnt. Behalten wir mal im Auge. Und der Greifswald, der FC, der hat zwar nicht gespielt gestern, aber ist bereits von seinem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern gesetzt worden als Teilnehmer, weil Hansa Rostock bereits über die 3. Liga qualifiziert ist. Alle anderen, die jetzt noch fehlen, werden noch in irgendeiner Weise in den nächsten Wochen dann weitere Qualifikationen ausspielen oder losen oder entscheiden. Bis Ende Juni ist noch Zeit, da jeweils einen Vertreter zu finden. Bundesliga-Relegationen gestern, das war ein Paukenschlag. Der 1. FC Köln gewinnt 5 zu 1 in Kiel und sichert sich damit weiterhin die Bundesliga-Teilnahme. Kiel bleibt zweitklassig, ein bisschen tragisch nach einer tollen Saison mit zwei Quarantäne-Zeiten und Pokal-Halbfinale am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Und nachdem jetzt Bremen ja abgestiegen ist, Hamburg nicht aufgestiegen ist, Kiel nicht aufgestiegen ist, gibt es die skurrile Situation, dass es keinen Bundesligisten nächste Saison gibt, der nördlich von Berlin liegt. Danke an meinen Zuschauer Sternburg, der mir das gesteckt hat auf anderem Wege, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also es ist eine interessante Karte nächstes Jahr. Der Norden spielt zweitklassig, denn die zweite Liga, die hat nächstes Jahr Kiel, die hat Rostock, die hat St. Pauli, die hat den HSV, die hat Werder Bremen, die hat Hannover dabei. Das ist schon irgendwie drollig. Übrigens, apropos Kiel heute Abend, 23.15 Uhr, gibt es im Norddeutschen Rundfunk die Sportclub-Story über die Saison von Holstein Kiel mit eben diesen ganzen Handicaps, die sie jetzt am Schluss hatten und dem etwas tragischen Ende. Wer da reingucken möchte, NDR 23.15 Uhr. Apropos Aufstieg in der Premier League, hat neben Norwich und Watford gestern auch Brentford als dritter Aufsteiger dann den Sprung in die Premier League geschafft, 2-0 im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Swansea und das ist Brentford insofern zu gönnen, als dass sie in den letzten 30 Jahren zum zehnten Mal in einer Aufstiegs-Playoff-Runde standen, in verschiedenen Ligen, aber bisher alle neun nicht siegreich bestreiten konnten. Also das erste Playoff-Teilnahme, die am Ende wirklich zu einem Aufstieg führt und dann hat man es irgendwann auch mal verdient, finde ich. Heute geht es noch ein bisschen weiter mit Aufstiegsgeschichte und zwar 13.30 Uhr, Osnabrück gegen Ingolstadt, das Rückspiel der Zweit-Drittliga-Relegation. Naja, Ingolstadt hat das Hinspiel 3-0 gewonnen, da dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen, wobei, das hat man gestern, also wer hätte gedacht, dass Köln 5-1 gewinnt gegen Kiel, ne? Wenn die Osnabrücker heute auch 5-1 gewinnen, sind sie durch. ZDF und DAZN sind live dabei ab 13.30 Uhr. Und 16.00 Uhr gibt es das Pokal-Endspiel der Damen mit Frankfurt und Wolfsburg, die auf dem Platz stehen werden, live zu sehen im ersten im Rahmen der Sportschau. 16.00 Uhr das Pokal-Endspiel. So, soweit Fußball, wir gucken zum Basketball. BBL-Playoffs, fangen wir mal an. Ludwigsburg hat gestern gewonnen gegen die Bayern im ersten Spiel, führt logischerweise auch mit 1-0. Heute gibt es die zweite Halbfinalserie ab 14.00 Uhr in Alba Berlin gegen Ulm. Das Ganze live auf Magenta oder Sport1 im Free-TV. Drei gegen drei Olympia-Qualifikationen. Das deutsche Team, leider gestern mit zwei Niederlagen gegen Frankreich und die USA, damit in der Gruppe ausgeschieden. Und damit werden die Mädels beim Turnier, das heute zu Ende geht in Graz, sich nicht qualifizieren können für Tokio. Eine minimale Chance gibt es noch, denn es gibt noch ein, ja, es gibt noch so ein Trostrundenturnier, wo die besten noch nicht qualifizierten Teams teilnehmen dürfen. Da wären wir momentan noch nicht drin. Einzige Chance, dass das noch klappt, wäre, dass Ungarn und Japan, die alle beide heute im Viertelfinale stehen, und dann kommt ja auch Halbfinale und so, wenn die sich beide noch die besten drei platzieren können und damit qualifizieren jetzt schon von dem Grazer-Turnier, dann machen die ihre Plätze frei beim Turnier, beim Letzte Chance-Turnier, und dann würden dort Island und Deutschland noch nachrücken können. Also heute kräftig Daumen drücken für Ungarn und Japan. Ich muss aber fairerweise sagen, nach den bisher gezeigten Leistungen haben wir mit Frankreich und den USA schon zwei ganz heiße Eisen auf der Liste stehen, und wenn die beiden sich qualifizieren, ist auch vorbei, weil dann kann ja nur noch als drittes Team entweder Ungarn oder Japan es schaffen. 12.45 Uhr jedenfalls kann man noch ein bisschen 3 gegen 3 Basketball gucken. Herrenturnier ist ja auch noch zu spielen. Das Ganze auf dem YouTube-Kanal FIBA 3x3. Und in der NBA, da gab es gestern die erste Serie, die dichtgemacht wurde. Milwaukee Bucks haben gewonnen gegen die Miami Heat, und damit 4 zu 0, klare Sache für die Bucks. Heute Abend gibt es um 19 Uhr auf The Zone live die Atlanta Hawks gegen die New York Knicks. 2 zu 1 führen die Hawks hier. Und danach um 21.30 Uhr gibt es die LL Lakers gegen die Phoenix Suns. Hier steht es 2 zu 1 für die Lakers. Und auch das auf The Zone live zu sehen. Die Lakers ja der Champion-Tipp unseres Experten Len hier gewesen letzte Woche. Kommen wir zum Tennis. Die French Open beginnen heute in Paris. Drei deutsche Damen, sieben deutsche Herren sind am Start in den Einzelwettbewerben. Und die ersten sind dann heute auch schon gleich auf dem Platz. Nämlich zum Beispiel Angelique Kerber. Die eröffnet um 11 Uhr. Es ist das Grand-Slam-Turnier, das ihr noch fehlt. Die anderen drei hat sie ja schon gewonnen. Und sie startet gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina. Kalinina wahrscheinlich. Ich gebe zu, davon habe ich noch nicht so viel gehört. Aber sie wird spielen gleich um 11 Uhr im ersten Spiel. Und gucken wir mal, ob sie die erste Runde schadlos übersteht. Aus deutscher Sicht dann gegen Mittag. Yannick Hanfmann, der spielt gegen Henry Laaksonen aus der Schweiz. Das dürfte so 12.30 Uhr, 13 Uhr werden. Und dann am Nachmittag geht so gegen 16.00 Uhr, 16.30 Uhr das deutsche Duell über die Bühne zwischen Alexander Zverev und Oskar Otte. Eurosport überträgt vom Turnier breit. Aber mit einer kleinen Ausnahme. Eurosport 1 ist, also im Elfo geht es los. Auf allen Kanälen. Eurosport 360, Eurosport Player und so weiter. Eurosport 1, Eurosport 2 im Fernsehen. Eurosport 1 wird im 15.00 Uhr aussteigen und zum Radsport wechseln. Und die anderen übertragen aber weiter. Und das deutsche Duell Zverev gegen Otte gibt es auch dann so gegen halb 5 live auf ServusTV. Die haben nämlich dieses Jahr auch erstmals Übertragungsrechte. Und zeigen das dann dort parallel zu Eurosport. So, ich habe gerade schon gesagt, Eurosport 1 geht raus für Radfahren. Und damit sind wir beim Giro d'Italia. Da gab es gestern die 20. und vorletzte Etappe, die nochmal richtig Bergspezialisten gefordert hat. Damiano Caruso hat sie am Schluss gewinnen können und hat allerdings auf Bernal nur 24 Sekunden gut gemacht. In der Gesamtwertung Bernal weiterhin knapp zwei Minuten vor Caruso und 3,23 vor Simon Yates. Heute gibt es zum Abschluss noch ein Einzelzeitfahren über 30 Kilometer nach Mailand. Das sieht dann so aus. Ich mache mal größer, dass man die Tücken der Strecke besser sieht. Jo, da kann sie knicken. Also das ist einfach nur waagerecht einmal durch die Straßen von Mailand fahren. Ich nehme es wieder weg. Es war auch nur da der Vollständigkeit halber. 15.00 Uhr live auf Eurosport 1 im Fernsehen. Schon um 13.00 Uhr auf den Streaming-Plattformen von Eurosport zu sehen. Aber interessant wird es ja erst hinten raus dann wirklich, wenn die Top-Leute kommen. Handball-Bundesliga, der HBL, gibt es heute wieder einiges. Und zwar um 13.30 Uhr Ludwigshafen gegen Balingen-Ballstetten. Und dann um 16.05 Uhr weitere Partien. Unter anderem das Spitzenduell, nämlich die Kieler gegen Essen. Und Flensburg-Handel wird zu Gast in Lemko. Alles auf Sky-Sport, einzeln oder in der Konferenz. Und dann ist da ja noch die Leichtathletik-Team-Europameisterschaft. Gestern hat Spaß gemacht. Ich habe reingeschaut. Und ich mag das einfach. Vor allem, es hat einen großen Vorteil dieses Jahr. Es sind ja nicht mehr zwölf, die mitmachen. Bisher waren es immer zwölf in der Super League. Das ist die höchste Kategorie, die es gibt. Darunter gibt es dann weitere. Ich hatte gestern schon erwähnt, dass das so ein Liegensystem ist mit Auf- und Abstieg. Und jetzt sind in der Super League nur noch acht mit dabei. Dieses Jahr sogar sieben, weil die Ukraine ja verzichtet hat. Und das Schöne ist, da kannst du halt immer dann auch bei den Laufwettbewerben alle acht gleichzeitig laufen lassen. Bisher gab es dann immer zwei Rennen bei zwölfen. Weil du kriegst keinen Zwölf auf die Laufbahn. Jetzt mit acht geht das immer recht gut. Oder eben mit sieben noch besser. Hast du noch ein bisschen Platz. Und nach etwa Halbzeit, 21 Wettbewerber, ein bisschen rum von 40, liegt das deutsche Team auf Platz 3. Aber auch nur 1,5 Punkte hinter den Führenden aus Großbritannien und einen Punkt hinter dem zweiten aus Polen. Das war jetzt nicht so nachvollziehbar. Nochmal, Großbritannien 95 Punkte, so ist vielleicht besser. Polen 94,5 und Deutschland 93,5. Also ganz, ganz eng noch zusammen. Da ist Platz 1 Dicke noch drin. Siege gab es gestern für das deutsche Team durch Johannes Vetter im Speerwerfen. Dann hat Robert Fargen die 1500 Meter gewonnen und die 4x100 Meter Staffel der Männer war ebenfalls siegreich. Leider die 4x100 der Frauen mit Wechselfehler ausgeschieden. Und Christina Hering, die wäre sogar vielleicht Zweite geworden, aber die hat unterwegs die Laufbahnmarkierung betreten. Und das darf man ja nicht. Deswegen Disqualifikation, sonst könnte Deutschland vielleicht schon deutlicher führen. Ich weiß es nicht. Zweiter Tag heute mit den restlichen 19 Entscheidungen ab 13 Uhr live auf EurovisionSports.tv. Das war es für heute, mein Tipp des Tages. Heute könnte ich mal wieder einen Tipp rausgeben. Und er würde, glaube ich, tatsächlich lauten, nachdem ich gestern so einen Spaß hatte, eigentlich leichter Detektiv Europameisterschaft. Wobei ich natürlich auch sagen muss, French Open, natürlich Grand Slam Turnieren. Da ist natürlich auch Spannung drin. Ach, guckt einfach, was er wollte. Macht er ja sowieso. Wichtig ist, dass er morgen früh wieder Lust hat, hier wieder reinschaut. Ich würde mich sehr freuen. Und mal wieder der Hinweis, wenn es euch gefällt, was ich hier tue, gerne einmal auf den Daumen klicken unten. Da freue ich mich als Rückmeldung, dass ich sage, hey, den hat es gefallen. Gerne auch weiterempfehlen. Und wenn ihr es nicht abonniert habt, könnt ihr das Ding auch gerne abonnieren. Oder es auch jemand anderen zu abonnieren empfehlen. Auch das ist immer was, worüber ich mich freuen würde. Jetzt freue ich mich erst mal aufs Bett. Und dann freue ich mich auf den Sonntag mit viel Sport. Habt einen schönen solchen. Und dann gerne bis morgen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.